Servus Leute, ich habe da so eine kleine Information von euch. Und zwar ist am nächsten kommenden Samstag, der 10.05. ist es, in der Nähe von Bottrop, im Movie Park Germany, der XXL Tuber Day. Ja, was ist das überhaupt? Das ist Deutschlands größtes YouTuber-Treffen, das in einem Freizeitpark stattfindet. Und ja, ich verlinke euch unten in der Infobox mal den Link zur Veranstaltung und zur Homepage vom XXL Tuber Day. Ich finde es auf jeden Fall richtig cool, wenn da auch mal noch ein paar BookTuber auftauchen würden. Ich glaube, ich meine die Serpents, also die Sarah, dürfte auch dort sein, aber ich weiß bisher nicht, ob noch jemand anderes außer ihr und mir von den BookTuber da sein wird. Wäre auf jeden Fall cool, wenn ihr alle recht rege noch hinkommen würdet. Der Eintritt kostet glaube ich 21,50. Und wir sind ja nicht, glaube ich, 20,50. Also auf jeden Fall einiges billiger an diesem Tag bei dem XXL Tuber Day, als der Eintritt normalerweise kosten würde. Also wenn jemand aus der Gegend ist und Bock hat, da aufzutauchen und richtig geile YouTuber zu treffen und cooles Programm mit Musik und überhaupt, ja, der kann da ja hinkommen. Eben am 10.05. im Movie Park Germany. Bis dann, man sieht sich hoffentlich dort. Ciao.